Hey, hier ist Madeleine, Wichtruck. Wir sind beim Boxbattle 24.3 und hier sind meine Tipps und Tricks. Vermeidet No-Rap, das heißt klare Burpee-Boxjumps, klare Wallballs, weil jeder No-Rap kostet euch am Ende vielleicht einen Platz. Ihr müsst euch bei dem Workout keine Sorgen machen, dass wenn ihr keine Bar-Muttle-Ups könnt oder nicht gut Chest-to-Bars, dann habt ihr die Chance mit den Wallballs und den Burpee-Boxjumps richtig Punkte zu machen. Das bedeutet, wenn ihr mal bei den Chest-to-Bars merkt, ihr könnt nicht mehr, lasst die Zeit raus. Ihr nehmt euch 30 Sekunden dann Rest und gebt Vollgas bei den Burpee-Boxjumps und den Wallballs. Das waren meine Tipps und Tricks. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den drei Workouts. Wir sehen uns bei den Reach & Bellets.